Musik 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 Yo 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 Leute und hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Warframe Heute mal wieder alleine mit mir Sven Und heute werden wir unsere Rang-Up Mission machen zu Rang 2 Mal schauen ob wir Erfolg haben werden Ja Okay diesmal müssen wir mit der Seitenwaffe kämpfen mit der engen K-1 Glaube ich habe ich da ziemlich gute Chancen Weil mit dem bin ich ja ziemlich gut und die habe ich auch ziemlich hoch gelevelt Zack den ersten weg Nachgelade Geht ja alles ratzfatz So wo sind hier die Gegner Weg 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 Weil der 1 abgeschlossen ist 7 Sekunden übrig gehabt Drei Feinde noch, doch 30 Sekunden ist jedoch auch alles klasse aus wenn er wieder abgeschlossene jetzt kommt hier scheinbar nur noch die ad es kommt auch noch welche von den schwert leute aber auch viele von denen die hier schießen und selbst in deko geredet was natürlich ziemlich nervig ist weil ich den dann hinterher rennen muss die hier kommt zumindest zu mir gerannt 6 feinde 5 feinde 4 feinde 3 2 1 geschafft ja wie gesagt bei dem wurfmesser sind schon ziemlich geil ich mag die auch recht gerne und da glaube ich habe ich auch schon geschafft hier sind rang 2 auf den ersten versuch leute rang 2 geworden ja einige xp auf mein volt bekommen und auch einiges auf bei der mk1 kunai also damit haben wir auch die drange silva initiat freigeschaltet in meinem kodex gibt's einen neuen quest das ist auch gut zu wissen wahrscheinlich kann ich jetzt ja wieder irgendwie hier sowas hier weil hier fehlt mir zum beispiel doch offline segment nötig wahrscheinlich kriege ich da wieder irgendwas dazu aber ich würde sagen ihr kriegt jetzt auch mal hier einen kurzen einblick in die ganzen ausrüstungs- und verbesserungssachen die ich hier dabei habe ähm was können wir denn noch nehmen schildkrabazität umlenkung habe ich bereits verwendet das brauche ich nicht provozieren habe ich noch nicht wie viele punkte habe ich ne schaden werden ausnut finde ich dämlich ausdauer regeneration auch dämlich vitalität habe ich Sprintgeschwindigkeit habe ich nicht genug punkte für feindradar könnte ich nehmen feindradar die bis geschwürt könnte ich nehmen Sprint plus 5% Sprintgeschwindigkeit bringt jetzt auch nicht so viel deswegen gesagt brauche ich eigentlich nicht also würde ich sagen wir nehmen das feindradar und das verstärken mit das verstärken geht jetzt nämlich hier runter weil wir das auf den passenden slot gesetzt habe hier wie ihr seht das ist dieses zeichen wir setzen das da drauf und dann wird das billiger gemacht ich glaube halbiert sogar genau das heißt wir hätten jetzt hier schon bei uns dann wollt konfiguriert hier die wir bleiben hier bei konflikt c keine ahnung warum ich jetzt auf c gelegt habe dann hier die verbesserung wird von meiner hauptwaffe da habe ich eine punkt frei dacke wir leider nichts mache hier schnelles ziel da ich bereits verwendet das heißt wenn ich das noch erfährt will sagt er hier bereits schon verwendet das heißt hier habe ich im moment einfach nicht mehr bots und dann hier auf meinem kronos habe ich im moment einfach keine punkte da hätte ich doch ziemlich viele geile botz Prozent ja aber bei schaut irgendwie wird sich da schon wieder ein paar punkte sammeln lassen und dann packen da was drauf und wie ihr seht das hier sind halt auch schon sechs punkte für die elektrizität sechs punkte für die kälte schaden dann sind seid doch ein paar für kritischer schaden und für den extra nachkampf schaden genau und an der stelle würde ich sagen war es das auch mit der heutigen level up mission und wir sehen uns das nächste mal dann bei einer weiteren folge was auch immer bis dahin servus und ciao und ja 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 und ja